Ja meine Fresse, das hat aber gedauert bis ich hier hingekommen bin. Ja, willkommen zu Warzone. Mit dem unübersichtlichsten Menü, was es jemals gab. Und was soll das? Wieso? So, dann gucken wir mal, ob ich das Spiel noch kann. Ich dachte, das wird vielleicht lustig. Oha. Es leckt nicht mehr. Ah, da ist er ja, der Lecker. Oh. Lecker. Oh. Schön. Ui. Ui. Okay. Ey, das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben uns gerade alle gegenseitig gesehen. Ich brauche Mittelkaliber Munition. Was hält der denn aus? Ich habe doch noch was Größeres. Haha. Und er hält es auch aus. Was ist das für ein Quatsch? Oh, ich habe ihn getötet. Yo. Level 787. Was ist mit ihm? Und er geht einfach im Visier spazieren. Oh ne. Hm. Bin ich auch. Was war eigentlich, was war eigentlich das Ding oben links? So. Ich gönne mir hier jetzt richtig. Ich warte hier jetzt. Da ist einer auf dem Dach. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Oh. Wir haben uns hart getroffen, aber das machen wir wieder gut. Stimmt ja. Oh. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Alte Karte wieder. Ich hoffe, dass die Grafik Bugs dort sein sollten. Ja, ja. Komm. Komm mal mit. Zuck leider Spaß. Hm. Du auch. Komm. Lass weitermachen. Hm. Ja. Hm. Hm. Jo, tschüss. Ey! Jawohl! Nein! Lauf! Ein Truppesglied ist im Gulag gelandet. Überleben heißt... Wir haben mich erwischt! Jo! Ich geh sehr stark davon aus, dass er mich holt und nicht den anderen, weil andere... Ja, der ist irgendwie nicht mitgekommen, der hat ihn nicht wiederbelebt. Der hat die ganze Zeit keine Rüstung nachgesteckt. Also, ja. Also, du könntest mich jetzt kaufen. Da ist ein Laden. Ja, der andere ist schon gegangen. Jawohl! Nö! Ich muss loben. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Von wo? Ey, Alter! Ihr habt hart gekämpft. Geht zur Nachbesprechung zur Basiszorg. Verdrohung in dem Gebiet! Oh, Alter! Ich hab grad die Tasten verwechselt. Das ist nicht gut. Ui! Ich weiß nicht. Eigentlich möchte ich das Ding da hinschicken. Er hat bitte Feuermission! Ziel markiert! Wo ist er denn? Warum? Ein Trupp-Gefleed wurde in den Gulag geschickt. Ja, da, da. Du kannst selbst wieder rauskommen. Ein Sturm hier auch? Ey! Schreck mich nicht zu! Trupp-Gefleed hat Freigabe zum Wiedereinstieg. Ja, geil! Er hat den Gulag geschafft. Auf der! Aktiv! Öh! Raus! Das kann nicht wahr sein. Ja! Wenn's ein Matchmaking geben würde, und mir Leute bringt, die so gut wie ich sind, dann wär's fair. Aber gut. Das kennt man ja nicht anders. Warum ist das so laut? Nicht! Lass er einfach vorbeigehen. Das ist so schlecht gewesen. Oh Gott, war das schlecht. Das war richtig schlecht. Ja, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.